Ne, für hier reicht es. Siehst du, da war gerade das Loch gewesen. Gut, dann waren wir hier auch. Hallo. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir auf der anderen Seite auch waren. Aber müssten wir ja eigentlich, ne? Oder? Ne, scheint nicht so gewesen zu sein. Ganz schön schnell hier. Ganz schön schnell hier unterwegs. Okay, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Hier oben haben wir auch nichts. Gut. Ich glaube tatsächlich, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es hier vielleicht auch Secret-Räume gibt, wie auch immer. Weil wir hören ja überall noch, ne? Die Monstrositäten hier umher springen. Oder halt auch Abschnitte, die wir gar nicht so finden, weil es halt alles so, äh... So gleich aussieht. Dass wir da überhaupt keine Chance haben, alles zu finden. Könnte ich mir vorstellen. Aua. Rüstung? Ja, geht noch. Ah, guck mal hier. Totem des Lebens nehme ich mit. Die Magma-Creme nehme ich auch mit. Äh, Goldschwert, Plünderung 2. Äh, ja. Lass ich mal. So, hier war nix, ne? Hier waren jetzt nur die, okay. Alles klar. Dann kann ich hier rausgehen. Pass auf, dann mache ich das direkt hier zu. So, damit ich da Bescheid weiß. Hier können wir nochmal nach oben. Oh, hallo. Moinsen. Moinsen. Oh, sehr, sehr viele Bücher auf einem, auf einem Haufen. Na los. Ich glaube, die, die haben gar keinen eigenen Spawner, sondern... Äh... Die spawnen wegen den Dingern hier, ne? Kann ich mir schon fast gut vorstellen. Kann ich mir schon fast gut vorstellen. Äh, äh, äh. Diese Deutsch. Diese Deutsche machte mich fertig. Diese Deutsche nix sehr gut. Okay, hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. So, deswegen mache ich mal jetzt hier den schlauen Trick. Okay. Siehst du, hier sieht es so ähnlich aus. Aber hier haben wir jetzt sowas in der Mitte. Aber auch nichts Wichtiges. Außer nochmal so einen... So einen krassen Höhlengang da. Also, was heißt Höhlengang? Aber so eine krasse Aushöhlung bis nach oben. Gut. Dann hätten wir das. Das hatten wir. Da waren wir, glaube ich, auch drin. Das wäre jetzt das letzte Moped. Aber, ne, warte mal. Das habe ich gar nicht zugemacht. Also kann es ja gar nicht sein, dass ich hier drin war. Oder war ich hier drin? Ich weiß ja nicht mehr. Hier haben wir sowas. Hier haben wir sowas. Hier haben wir sowas. Doch, hier war ich, glaube ich, drin. Und wenn nicht... Ja, egal. Wir haben es gesehen und... War ich hier drin? War ich schon hier drin? Okay, damit haben wir aber das hier schon mal abgeschlossen. Gut. Da waren wir. Hier war sonst nichts weiter. Dann können wir hier wieder... Dann sind wir, glaube ich, wieder auf der normalen Treppe. Yo. Aus der Wand heraus. Wir sind von unten gekommen, ne? Ja. Naja, wir sind von unten gekommen. So, nächster Raum. Ey! Was soll das denn? So, ich gehe jetzt erstmal Stein lang, ne? Und hier gehe ich dann so lang. Aber ich finde das auch eine mega gute Idee mit dem... Mit den zweierlei... Zweierlei Treppen. Das finde ich echt cool, muss ich sagen. Es ist echt cool, ja. Sowas hätte ich auch gerne. Mit zweierlei Treppen. So, da geht es nirgends wohin. Hier haben wir auch nichts. Okay. Okay, das hat sich natürlich gelohnt. Aber man weiß ja nicht, ne? Ob sich hier so ein Sekret versteckt. Man weiß es nicht. Hallo? Und tschüss. Ja, Goldschwert für den Turm reicht's, ne? Für die Türme reicht's hier. Für den Boss würde ich fast nein sagen. Also, da sollten wir schon so ein Neteritschwert oder was nehmen, aber... So, da oben hätten wir noch was. Aber hier, auf der Seite haben wir alles fertig. Aber sonst macht das halt keinen Sinn. Ne? Das ist ja schneller kaputt. Und vor allen Dingen, wir hauen ja bei dem Lichtkönig... Da hauen wir ja so krass drauf, jedes Mal. Da weiß ich immer noch nicht, wie, äh... Wie das funktioniert. Ich glaube, es hat tatsächlich... Also, es muss irgendwas mit den Schilden zu tun haben. Aber ich... Keine Ahnung. Ne, hier kommt man nicht irgendwo hoch. Ne, okay. Hier ist auch nichts. Hallo? Auch wenn ich jetzt hier draufgehe... Ne, ich sehe keinen Eingang. Ich sehe keine Truhe. Hier ist nichts drin, was wir gebrauchen könnten. Da waren wir. Da haben wir schon geguckt. Alles klar. Dann gehe ich mal wieder raus hier. Ich mache das Moped hier zu. Zack, zack. Ich frage mich, ob man mit zweierlei... Zweierlei Schwerter kämpfen kann. Dann könnte man... Okay, ne, das funktioniert aber nicht. Und es ist sehr, sehr dunkel. Es ist sehr, sehr dunkel. Gut. Hier hatten wir jetzt nichts weiter. Dann können wir das auch wieder zumachen. Oh, hallo. Äh, ja. Ich wollte gerade andersrum zumachen. Das ist natürlich sehr schlau. Achso. Ist da auch schon wieder einer? Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rum. Wie gesagt, das nehme ich wieder mit. Sehr hoch gebaut hier. Aber hier haben wir nichts. Da haben wir was. Warte mal, komme ich hier irgendwie... ...drauf? Dann kann ich da nach oben nochmal. Hallo, ist hier jemand? Ist hier jemand zu Hause? Oh nein, bitte nicht schon wieder. Nein. Aha. Ja, super. Ja, super. Ah. Ja, da ist es nämlich jetzt weg. Thank you very much. This was very helpful. Ach, scheiße. Ich habe keine Dings mehr. So. Pass auf. Ich schaue mal, ob wir irgendwas wieder aussortieren können. Das schmeiße ich erstmal so weit wieder rein. Die ganzen Tränke. Die können theoretisch auch mal da rein. So. Das kann auch mal da rein. Das kann auch mal da rein. So, das kann raus. Das kann raus. Die Broken Spawner. Ich weiß halt nicht. Damit... Da wir damit... ...sowieso nichts machen, könnten die eigentlich auch raus. Aber... Ich meine, wir haben ja noch... Was haben wir letztens gesehen? 360 davon. Also... Ne, da haben wir ein bisschen was. So. Dann machen wir es einfach mal so. Gut. Lass mal schauen, was haben wir hier drin. Magma-Creme. Trank der Schnelligkeit nämlich mit. Trank des Schadens. Direkt Schaden. Trank der Regeneration. Causes you to regenerate health over time. Okay. Dann hätten wir das hier auch. Ja, ich... ...mach mal den hier, ne? Obwohl Schaufel brauchen wir eigentlich nicht. Egal. Gut. Auf der Seite... ...haben wir alles. Aber hier ging es noch rein. Da wollte ich noch mal schauen. Ah. Interessant. Lowstone. Der Seite haben wir nichts. Ich finde es halt auch so witzig, dass das dann... ...dass die Dinger dann auch immer bis zur Decke gehen, ne? Obwohl es da gar nicht weiter geht. Aber die Slaps gehen bis zur Decke. Das finde ich mega cool. Ne? Auch ein bisschen verwirrend. So, da könnte ein Secret sein. Aber ich bin zu doof, um da drauf zu springen. Ja, ich und Leiter springen. Du weißt, ne? Wir werden... ...wir werden keine guten Freunde werden. So. Okay. Hier haben wir auch wieder nichts. Da waren wir. Da ist auch nichts. Dann haben wir den hier auch schon mal erfolgreich wieder abgeschlossen. Sehr schön. Den baue ich jetzt mal nicht zu, ne? Wir wissen ja, dass wir da schon waren. Glaube ich. So, hier geht es noch nach oben. Da geht es noch durch. Pass auf, dann gehe ich erst mal nach oben. Hallo? So. Wie viele Bücher haben wir denn eigentlich jetzt schon? Mal gleich mal gucken. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir haben schon wieder 2000 Bücher. Ja, das ist doch... Wow! Was haben wir da denn? Iron Forge, ritterlicher Helm auf Dispel Warden. Magic Damage Taken ist reduced by 5%. Wow! Ich nehme es mal in der Hand. Haben wir da irgendwie einen Task-Vorschritt, ne? Mega gut. Ja. Sieht halt cool aus, ne? Sieht halt cool aus. Mehr brauchen wir hier nicht raus, ne? Nö. Okay. Hier haben wir auch noch mal eine Chest. Weiter geht es nicht nach oben. Dann lass mal schauen. Trank des Schadens. Die nehme ich auch noch mal. Das nehme ich mal mit, ne? Weil da weiß ich... Ich weiß halt nicht... Plus 1 Glück. Hm. Eisenholz. Empty Socket. Die kann man auch noch mal aufwerten. Eile 3... Äh, Eile 10%. Äh, 10%... 10 Sekunden. Mein Gott. Eile 10%, 10 Sekunden. Ich und mein Deutsch. Ne, ich und mein Holz. Sie ist das Lied, ne? Ja, ich... Ich und mein Deutsch. Ja, ich und mein Deutsch. Gott, auch. Entschuldigung. Entschuldige mal. Wo kam der eigentlich her? Da liegen noch zwei Bücher. Die würde ich gerne mitnehmen. Jetzt... Mach doch mal einen Abflug, Junge. Mach mal einen Abflug jetzt. So, tschüss. Mein Gott. Immer diese lästigen... Lästigen Blagen. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Aber ich wollte mal eben kurz hier zumachen. Juti. Hier haben wir noch ein Lexika, das hier fleißig herumfliegt. Und, äh... So wie es aussieht, sind wir bald oben. So. Ich schnapp mir noch mal die Bildchen hier. So. Man kann nie genug Bilder haben. Nie genug. So, aufpassen, dass ich jetzt nicht hier runterbase. Zack. Mach mal hier noch meine Fackel hin, ne? Ja, vielleicht sollte ich das nicht machen, wenn ich nicht weiß, wo die Löcher sind. Äh! Gerade noch gesagt, vielleicht sollte ich das nicht machen, wenn ich nicht weiß, wo die Löcher sind. Ja. Theoretisch könnte ich die auch zubauen, aber... Oh nein, ich wollte dich gar nicht töten. Äh, tut mir leid, jetzt musst du aber lang... ... dran glauben. Gut, hier haben wir noch ein Bild. Die lasse ich jetzt mal hier dran. Die bauen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, warte mal. Ne, okay. Also klar, dann haben... Alter! Jetzt sollte ich mal ein bisschen, äh, Attentione, ne? Attentione. Also langsam. Weil davon geht die Rüstung auch kaputt und da habe ich keinen Bock drauf, dass meine Rüstung durch Fallschaden zerstört wird. Es ist peinlich. Es ist sehr peinlich. So, dann haben wir noch ein Buch. Hier haben wir noch ein bisschen Papier. Nehme ich auch mit. So, dann gehe ich einfach hier weiter runter. Dann haben wir das hier fertig wieder, ne? Gut. Ja, eine Stunde braucht man schon hier für, ne? Für das Moppet. Mehr oder weniger. Sind die hier drin, oder was? Oh, äh. Entschuldigung. So, tschüss. Ich dachte nur, wir hätten irgendwas verpasst, aber dann haben wir es fertig. Sehr schön. Pass auf, dann kann ich dich nämlich wieder mitnehmen. Zack. So, dann sortiere ich nochmal eben schnell ein. Zack, zack, zack. Zack. Dann machen wir wieder hier den normalen Zyklus. Ne, so, glaube ich. Den Wegstein würde ich dann gerne hier eben hinschmeißen. Okay, passt auf. Bevor ich weitergehe, ich schaue mal kurz, was auf dem Handy abgeht, weil ich kriege tausend Nachrichten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Alles klar. Bis gleich. Tschüss.